Er ist einer der beliebtesten, aber auch zugleich ältesten Parkplätze in der Stadt. Täglich nutzen mehrere hundert Autofahrer den Postparkplatz als Stellfläche. Doch inzwischen ist dieser stark in die Jahre gekommen. Ab April fallen deshalb umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Wir hatten die Arbeiten immer noch zurückgestellt im Zusammenhang mit der Entwicklung des zweiten Bauabschnittes des Blechenkarreys. Jetzt stehen uns aber auch nur in diesem Jahr die Fördermittel letztmalig zur Verfügung. Und deswegen müssen wir jetzt sozusagen bauen. Und die Entwicklung des zweiten BA gab es ja auch sozusagen die Veränderung in der Planung. Neben der Umgestaltung des Platzes stehen vor allem Arbeiten am sogenannten Mischwassersammler an. Ähnlich wie hier setzt die LWG auf schwere und moderne Technik. Das hat zur Folge, dass wir dort enorme Tiefbauarbeiten durchführen werden, unterirdischen Vortrieb machen werden. Wir werden Hausanschlüsse umbinden und dementsprechend dort Maßnahmen durchführen. Während der gesamten Zeit müssen sich Anwohner auf Behinderungen einstellen. So dient dann der Stadtteilenvorplatz zum Großteil als Baustellenlager. Das hat zur Folge, dass der Wochenmarkt zumindest mittwochs in die Sprem verlegt wird. Und auch das Stadtfest ist davon betroffen. So gibt es für die Karussells auf dem Postparkplatz und für die Bühne auf dem Stadtteilenvorplatz keinen Ersatz. Wir haben auch überlegt, Groß-Klein-Absperrung, aber die Gefahr, dass dort jemand sich verletzen kann, ist dann doch zu groß. Und haben gesagt, wir machen es, wenn, dann sperren wir es richtig ab. Und Privatflächen wollten wir nicht nehmen. Es ist ja in unmittelbarer Nähe, wird ja auch mal gefragt, eine Privatfläche in der Nähe. Wir wollen im öffentlichen Raum, in öffentlichen Flächen, dort, wo wir es auch selbst bestimmen können, wo wir es selbst entscheiden können. Bei der gestrigen Infoveranstaltung klärte die Stadt über ihre Vorhaben auf. Die Baukosten belaufen sich voraussichtlich auf eine Million Euro. Gewisse Pläne, wie zum Beispiel eine veränderte Verkehrsführung im Bereich Puschkin-Promenade, Kallmarkstraße, verärgerten allerdings die Anwohner. Generell wirkte die Konzeptvorstellung zum Teil etwas undurchsichtig. So konnten sich die Verantwortlichen zu konkreten Fragen nicht klar äußern. Bis zum Baubeginn müssen daher noch viele Unstimmigkeiten und offene Fragen beseitigt werden. Vielen Dank.